Aber hier ist sehr schön Munition, das gefällt mir. Die Tür gefällt mir nicht. Änderst du dich, Michael? Warte. Das müsste eigentlich irgendwie ein Shop sein oder sowas. Warte, erstmal damit wird alles. Hier, kennst du die Tür noch? Ich sag nur, Boss. Was ist hier? Okay, noch eine Tür, einen Speicher. Okay, wir shoppen erstmal wieder. Hoffentlich haben die Munition. Komm schon, das ist ein braves Spiel. Die haben einfach die Munition nicht. Was soll denn das? Da spielen wir was gegen... Dann nicht. Oh Mann, nur weil ich schwarz bin. Ich speichere schon wieder ab. Warum auch immer. Ähm, ja. Jetzt gucken wir mal. Was ist in dieser Tür drin? Äh, ja. Eine Werkbank, das gefällt mir. Aber... Die ist aber schlimm nicht... Ja, natürlich. Ja, die ist aber nicht. Der muss ja ruhig wieder weggehen. Der muss ja ruhig wieder weggehen. Sehr zuvor kommt. Alter, du Mist, du Scheiße. Und da... Wie viel ist? Das ist doch noch so einer. Kann da sein. Ich hätte dich zerlassen. Hat er dich zerlassen. Ich muss ja was haben von dem. diese schöne funktion schema für wir wollen jetzt hier lang schnüffel schleichwerbung die europäische Wir machen mal. Das hier. Nee. Strahlen kann ich nicht. Kapazität. Flammenwerfer. Nein. Definitiv nicht. Dann machen wir doch lieber nochmal das. Ich bin sehr zufrieden. Sieht nett aus hier, oder? So eine raumende Wuh gehalten. Ja, okay. Oh, geil. Medikiz. Ja, ich... Munition mal ganz vermissen kaufen kann. Der kann gleich wieder gehen, wenn das auch mal war. Ja, der kann gleich wieder gehen, hab ich gesagt. Wenn ihr habt mich gehört, kann man selber schuld. Und erst mal, erst mal gehen wir hier runter. Die haben wir hier alles durchgeführt. Ist noch irgendwas? Ja. Wollt ihr auch noch was? Na? Scheiß. Das haben wir ja auch genug. Jetzt komm hier... Vorsichtig erstmal das durchschnüffeln. Ich weiß nicht, was hier so rumliegt. Ein Goldbarren vielleicht. Wollt sowas bestimmt nicht gibt. Okay, das... Ja, es gibt schon Gold. Ich weiß nicht, was hier so rumliegt. Aber nicht so Goldbarren. Oh mein Gott. Ah, da kommen sie. So ein kleiner Miniflieger. Ich mag die nicht, die hab ich voll was getwirtelt. Also gehen wir mal hier rein. Wie denn die? Die können das hier oben eigentlich immer alles so. Will ich da rein? Nein. Also gehen wir mal hier rein. Ja, nein, das kannst du wirklich nicht vorstellen. Das brauchst du gar nicht zu klingen. Nein. Nein! Wo ist das denn? Boah! Nein! Noch eine! Boah, was ist die Musik immer noch da? Die Musik ist immer noch da, Leute! Egal! Die Musik wird schlimmer. Egal, wir gehen erstmal weiter. Na, rauf die Dusche! Okay, wir müssen jetzt so lang. So ein bisschen so runterziehen. Punk-Sequenz aktiviert! Auf Wiedergesehen! Auf Wiedergesehen! Seid das nicht, das ist toll! Fahr doch! Das ist, glaube ich, das ist toll. Sie sieht das toll, also... Ah! Da kommt sie erst! Ich habe Angst, ich hätte mir jetzt nicht bekommen. Ja! Kommt zum Onkel! Kommt zum Onkel! Okay! Okay! Nein! So! Auf Wiedersehen! Was? Genau! Stirb! So! Das geht jetzt hier runter hinten! Kann ich da nicht ein paar sein! Das ist eigentlich ein paar sein! Ne, das reicht nicht. Nehmt doch über die Lache. Oh mein Gott. Ganz tausend. Jubel, jubel, freu, freu. Freu, freu. Audiolog. Ich bin sehr, sehr mächtig. Ich werde mich auch anmelden. So in einem Forum oder so. Versage, aber der hat einen Weg springen. Ich habe das gesehen. Der hat einen Weg springen, diese Null. Jetzt kann man ruhig speichern. Aber jetzt kann man ruhig speichern. Okay, wir speichern mal ab. Ja, dann wieder drei Mal.